Heute reden wir über drei Aktien, die eine deutliche Überrendite im Vergleich zum DAX erzielt haben. Das sind alles drei Werte, die nicht so im Fokus und in der Öffentlichkeit stehen. Ein Unternehmen kommt aus dem MDAX und zwei Unternehmen kommen aus Frankreich. Fangen wir mit dem Unternehmen an, das aus Deutschland, aus dem MDAX kommt. Das ist die CTS Eventim. Die CTS Eventim ist ein Veranstalter von Live-Events und vermarktet Tickets für Konzerte, Sportveranstaltungen. 3.500 Mitarbeiter sind beschäftigt. Die Marktkapitalisierung liegt bei 5,9 Milliarden Euro. Die Gesellschaft ist vor 34 Jahren gegründet und hat in den letzten zehn Jahren 317 Prozent Gewinn gemacht. Diese 317 Prozent Gewinn sind durchgehend erzielt. Das heißt, wer vor zehn Jahren in die Aktie investiert hat, war nicht einen einzigen Tag mit der Aktie im Verlust. Nicht einmal in der Corona-Krise, wo ja das gesamte Geschäftsmodell der CTS Eventim zum Stillstand gekommen ist. Also eine exzellente Performance, die man da gebracht hat. Die Gesellschaft hat 1,9 Milliarden Euro Umsatz gemacht, 204 Millionen Ergebnisse erwirtschaftet, einen Cashflow von 316 Millionen erreicht. Der Umsatz ist in den letzten sieben Jahren um 132 Prozent gesteigert worden. Das operative Ergebnis um 60 Prozent. Und das alles vor dem Hintergrund der Corona-Krise, wo das Geschäft also komplett eingebrochen ist. Die Einkapitalquote beträgt 28 Prozent. Schauen wir uns die Outperformance der Aktie an. Zu Beginn, also vor zehn Jahren gab es einige wenige Tage, wo die Aktie keine Outperformance gegenüber dem DAX hatte. Aber im Anschluss daran ist die Performance der CTS Eventim, also hier diese grüne Linie, immer oberhalb der DAX Performance. Und hier unten trage ich dann immer die Outperformance ab. Also durchgehend seit zehn Jahren ist die CTS Eventim ein Outperformer. Bei mir sind aber nur solche Werte Outperformer, die auch spezielle Bedingungen erfüllen. Und diese Bedingungen sind so eng geschnürt, die sind so straff, dass im DAX nur 11 von 40 Unternehmen, also ungefähr jedes vierte Unternehmen, diese Bedingungen erfüllt. Die Bewertung, das KGV liegt bei 21,4 von dem Hintergrund, dass das Wachstum erwartet wird mit 16,04 Prozent. Und einer Dividendenrendite ist das alles im Rahmen. Jetzt schauen wir uns diese Details an, also diese Hürden, die nur ganz wenige Firmen schaffen. Der DAX hat in den letzten zehn Jahren 100 Prozent performt, die CTS Eventim mit 317 Prozent. Und damit ist man natürlich formal, nur von der Mathematik her, natürlich schon mal ein Outperformer. Bei mir muss die Gesellschaft in mindestens 65 Prozent der Perioden in den letzten zehn Jahren ein Outperformer gewesen sein. Also ich will nicht so einen Glücksritter haben, so einen Glückstreffer haben. Und die CTS Eventim ist in 98 Prozent der gesamten Zeit in den letzten zehn Jahren ein Outperformer, also ein Spitzenergebnis. Die Performance muss immer 30 Prozent besser sein als vom Benchmark. Die CTS Eventim schafft es auf 216 Prozent Überrendite. Also auch das ist ein exzellentes Ergebnis. Und in den letzten zwei Jahren hat sie auch noch eine Performance erzielt. In 98 Prozent der Zeit ist sie ein Outperformer. Das heißt, die Outperformance ist auch in der jüngsten Vergangenheit noch gültig. Also ein exzellentes Unternehmen. Das zweite Unternehmen, über das wir sprechen, ist die AXA. Ein französisches Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Beschäftigt 90.400 Mitarbeiter. Ist ein großes Unternehmen, Marktkapitalisierung 65,69 Milliarden Euro. Und ist schon vor 171 Jahren gegründet. Im Jahr 1852. Die Performance in den letzten zehn Jahren liegt bei 191 Prozent. Und hier das gleiche Bild. Wer vor zehn Jahren in die Aktie eingestiegen ist, ist seit zehn Jahren im Verlust. Auch die Corona-Krise hat natürlich zu Einbußen geführt, aber nicht dazu, dass man mit der Position in die Verlustzone gerät. Der Verlauf ist etwas stetiger, etwas stabiler als der Verlauf der CTS Eventim. Aber es liegen auch 100 Prozent Performance-Differenz dazwischen. Aber auch diese Aktie gibt dir immer wieder die Gelegenheit, in die Aktie einzusteigen. 92,1 Milliarden Umsatz, 6,5 Milliarden Jahresüberschuss bei 7,3 Milliarden Cashflow. Das ist wirklich sehr ordentlich. Der Umsatz ist in den letzten sieben Jahren um 23 Prozent gefallen. Das operative Ergebnis ist um plus 2,3 Prozent gestiegen. Die Einkapitalquote liegt bei 6 Prozent. Und das ist halt eben auch immer ein großer Vorteil einer riesengroßen Firma. Die Mitarbeiterzahl, ich habe es ja gerade gesagt, aktuell sind es etwas mehr als 90.000. Im Jahr 2016 hatte die AXA noch 97.000 Mitarbeiter. Das heißt, da sind 7.000 Mitarbeiter wegrationalisiert worden. Und das ist auch der Grund dafür, dass trotz eines Umsatzrückgangs das operative Ergebnis gestiegen ist. Die AXA selber ist ein Outperformer durchgehend. Es gibt einige wenige Wochen, wo die Outperformance mal verloren gegangen ist. Auch in diesen schwierigen Zeiten, immer dann, wenn es kriselt und crasht an den Börsen, sind die Finanzunternehmen und Finanzdienstleister immer arg betroffen. Aber auch diese Schwäche, dieser Crash war nur von kurzer Zeitdauer. Danach hat die Aktie wieder angefangen, die Outperformance aufzubauen. Also da kann man auch schon erkennen, dass zu einem Großteil der Zeit die AXA ein dauerhafter Outperformer gegenüber dem DAX ist. Das KGV liegt bei 6,7. Bei einem erwarteten Wachstum, Ergebniswachstum von 6,96 Prozent kann man hier schon mal sagen, dass die Bewertung günstig ist. Dazu kommt noch eine Dividendenrendite von 7,71 Prozent. Also hier kann man wirklich davon sprechen, dass eine Aktie günstig bewertet ist. Wie sieht es jetzt mit der Outperformance aus? Der DAX hat 100 Prozent gemacht. Die AXA 191 Prozent. Damit ist sie natürlich ein Outperformer. In 93 Prozent der Zeit, in den letzten zehn Jahren, hat sie den DAX geschlagen, hat eine Outperformance erzielt. Sie ist nicht nur 30 Prozent besser gelaufen als der DAX, sondern 92 Prozent. Und auch in den letzten zwei Jahren liegt man in 99 Prozent der Zeit in einer Outperformance. Also auch kurzfristig ist diese Outperformance-Entwicklung immer noch aktiv. Also auch hier sind sehr gute Daten, die vorliegen. Das dritte Unternehmen ist vielleicht weniger bekannt, aber ein ganz toller Kandidat. Das ist die Veolia Environment, in der Hoffnung, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Ist ein Unternehmen aus Frankreich, kommt aus der Umweltdienstleistung und ist in den Segmenten Wasser, Abfall, Energie tätig. Beschäftigt 213.000 Mitarbeiter und hat eine Marktkapitalisierung von 21,73 Milliarden Euro. Vor über 170 Jahren gegründet, 1853, eine sensationelle Performance von fast 400 Prozent in den letzten zehn Jahren. Also das ist ein sensationell gutes Ergebnis. Auch die Entwicklung ist sehr stetig. Man sieht auch hier, dass man, wenn man vor zehn Jahren in die Aktie eingestiegen wäre, man immer konstant im Gewinn gewesen wäre. Und selbst dieser heftige Einbruch in der Corona-Krise hat nur dazu geführt, dass die Performance, die bisher aufgelaufen ist, ein bisschen reduziert wurde und danach wurde wieder Gas gegeben. Also wirklich eine exzellente Performance. Die Veolia Umsatz 42,9 Milliarden Euro, ein Ergebnis nur von 0,7 Milliarden Euro. Auch wenn man die Jahre zurückgeht, wird man feststellen, dass trotz eines sehr hohen Umsatzes die Ergebnisse sehr moderat sind. Das ist halt eben das Geschäftsmodell. Also du hast da keine Margen von 30, 40, 50 Prozent. Du musst dich damit weniger zufrieden geben. Der Cashflow aber bei 3,6 Milliarden Euro. Der Umsatz ist in den letzten sieben Jahren um 76 Prozent gesteigert worden. Das Ergebnis um 116 Prozent. Und sowas habe ich immer gerne. Also ein überproportionales Wachstum des Ergebnisses. Das zeigt immer, dass die Aktie wirtschaftlich sehr gut dasteht. Die Einkapitalquote liegt bei 12 Prozent. Ja, und hier gibt es keinen Zweifel. Vom allerersten Tag von vor zehn Jahren bis heute ist die Veolia ein Outperformer. Und das nicht nur ein kleiner Outperformer. Man schlägt den DAX um Längen. Also man ist immer deutlich überhalb der Performance-Kurve vom DAX. Also das ist wirklich ein, also dafür, dass der Wert so wenig besprochen ist, so wenig im Fokus und im Rampenlicht steht, ist das ein ganz tolles Unternehmen. Die Bewertung, das KGV 11,1. Das Wachstum bei 14,2. Also das Wachstum ist auch größer als das KGV. Das alleine ist gut. Da kommt noch die Dividendenrendite von 5,3 Prozent mit dazu. Die Bewertung ist günstig. Zu den Zahlen selber. 397 Prozent Performance ist deutlich höher als die 100 Prozent, die der DAX gemacht hat. Damit ist man ein Outperformer in 100 Prozent der Fällen. Also an jedem Tag in den letzten zehn Jahren ist die Veolia ein Outperformer. Mit 298 Prozent ist die Outperformance signifikant. Also das ist ja ein Vielfaches. Das ist ja das Zehnfache der Performance, der geforderten Outperformance. Und auch in den letzten zwei Jahren ist die Aktie in 100 Prozent der Perioden ein Outperformer. Wir haben uns drei Unternehmen angeschaut. Einer aus Deutschland, ein mittelgroßes Unternehmen, zwei Gesellschaften aus Frankreich. Die sind in Deutschland etwas unbekannter oder werden zumindest wenig beschrieben. Aber alle drei Kandidaten haben sehr gut performt, sind sehr stabile Firmen und könnten in jedes Depot als Outperformer-Kandidat in ein langfristiges Depot aufgenommen werden. Alles, was ich hier besprochen habe, entspricht meiner persönlichen Meinung. Es ist natürlich keine Anlagenempfehlung und Beratung. Ich wünsche euch viel Erfolg an der Börse und ganz viel Erfolg mit diesen Aktien. Das sind wirklich tolle Kandidaten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.